Renike Deichstra ist sicherlich eine der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation, gerade was den Bereich Fotografie und Video betrifft. Diese Ausstellung ist eigentlich die erste große Museumsausstellung, die dieser bedeutenden Künstlerin in Deutschland gewidmet wird. Sie hatte gerade zwei große Ausstellungen in den Vereinigten Staaten, im Guggenheim Museum in New York und am SF MoMA in San Francisco. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir jetzt mit ihr zusammen hier diese Ausstellung neu entwickelt haben. Wir präsentieren ja immer neben unseren Ausstellungen auch Bereiche unserer Sammlung. Und diese gesamte Sammlung hat Renike Deichstra kuratiert. Also sie hat im Prinzip das ganze Museum in ein Crazy House verwandelt. The Crazy House ist genannt nach einem gleichnamigen Club in Liverpool, in dem Renike Deichstra gefilmt hat. Sie hat sich ein Studio auf die Tanzfläche bauen lassen und dort junge Menschen gebeten, zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Diese Ausstellung zeigt zum ersten Mal weltweit alle Videoinstallationen von Renike Deichstra. Ich freue mich sehr, dass Renike Deichstra sich breit erklärt hat, mit uns gemeinsam Werke der Sammlung auszusuchen, um sie in den Dialog zu stellen mit ihrer eigenen Arbeit. Renike Deichstra nimmt ihre erste Videoinstallation im Jahr 2006 und 1997 in Liverpool auf, in dem sogenannten Bassklappen. Dort war sie fasziniert einfach von den Jugendlichen, die auf dem Sprung waren, erwachsen zu werden. Und hat während des Laufenden Clubbetriebs junge Menschen gebeten, in ein Backstudio zu kommen. Hat sie dort gefilmt bei den Tätigkeiten, die sie einfach im Club gemacht haben. Küssen, trinken, rauchen. Als 2008 Renike Deichstra nach Liverpool zurückkehrt, um eine neue Arbeit in einem Club, The Crazy House, aufzunehmen, werden wir uns kennen. Ich nutze sie dann in eine Ausstellung rein. Aus dieser Ausstellungskooperation sind zwei Videos entstanden. I Can See a Woman Crying, Weeping Woman und Bruce Paul, Picasso. I Can See a Woman Crying. Sie hat zum ersten Mal Sprache verwendet. Das ist die Bildbetrachtung einer Liverpooler Schulklasse, die das Bild von Picasso beschreibt. Und im Verlauf dieser Bildbeschreibung beginnen die Schüler langsam, nach und nach, dieses Bild zu interpretieren. Am Ende entsteht nicht nur ein Porträt des Porträts, sondern ein Porträt dieser Gruppe, dieser jungen Menschen und ihrer sozialen Lebenssituation in Liverpool. Das Wichtigste in der Arbeit von Renike Deichstra ist die Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Mann oder der Frau, die in dem Bild porträtiert ist. Es geht hier also immer um den Moment des Mitgefühls, der Empathie, des Zusammenkommens. In der zentralen Halle sehen wir drei Werke. Alle drei spielen mit dem Thema Porträt. Es sind drei verschiedene Formen des Porträts. Ein gemaltes Porträt, die weinende Frau von Pablo Picasso, eine Leihgabe aus der Tate-Sammlung. Das ist das fotografische Porträt von Amy, der jungen Liverpoolerin, in der Fotografie von Renike Deichstra. Und eine Installation von Tobias Rehberger mit dem Titel Most Beautiful. Wir sehen dort neun George-Nelson-Lampen. Und zwischen diesen Lampen liegt auf dem Boden ein zerknülltes Blatt Papier. Es ist die Beschreibung der Traumfrau, des Verfassers. Und alle diese drei Formen des Porträts spielen natürlich mit der Idee des Schönheitsideals, der Utopie, der Perfektion und andererseits eben mit dem Verlust, der Verwundbarkeit, der Verletzlichkeit auch des menschlichen Daseins. Zeit und Zeitlichkeit spielt eine besondere Rolle im Werk von Renike Deichstra, ebenso auch im Werk von Onkawara in seinem Date-Painting. Es ist ganz bezeichnend, dass Renike Deichstra ihre Werke immer nach dem Tag benennt, in dem die Aufnahmen gemacht wurden. Und auch die Zeitlichkeit, die in Renike Deichstra's Langzeitbeobachtung Almarisa vorkommt, sind fünfjährig, als sie sie zum ersten Mal fotografiert, ein bosnisches Flüchtlingsmädchen in der niedrigen Stadt Leiden, bis hin zur jungen Mutter 2008. Es gibt zwei Arbeiten in der Ausstellung, die noch nie gezeigt wurden, Weltpremieren sind, The Powerhouse und Dress Rehearsal. Beide haben etwas Gemeinsames, sie sind beides wie Videostudium, in dem einmal in The Powerhouse zwei junge, dunkelhäutige Tänzerinnen vor weißer Studiokulisse tanzen. Sie versuchen immer wieder in den Tanz hineinzukommen, konzentrieren sich, setzen an zum Tanz und fallen aus der Rolle, verlieren ihre Konzentration und das Ganze beginnt von neun. So auch in The Dress Rehearsal ist sie auf einer Reise nach China 2006, dort hat sie einen chinesischen Kinderchor gefilmt, bei dem Proben für ein Konzert, und auch dieser Kinderchor setzt immer wieder an zum Singen und nach wenigen Takten wird er unterbrochen von der Chorleiterin, die wir im Bild nicht sehen, zerfällt in Chaos, bricht auseinander, getuschelt setzt ein, bis die Chorleiterin wieder im Hintergrund zum Gesang anhebt und der ganze Chor sich plötzlich wieder formiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017